Kabel Plus, ein Unternehmen der EVN, ist Multimedia-Anbieter für Niederösterreich und das Burgenland. Das Netz der Kabel Plus liefert Kabelfernsehen in HD-Qualität und Internetversorgung mit bis zu 500 Megabits pro Sekunde. Die Stadt Weidhofen versorgt mit diesem Netz bereits 80 Prozent aller Haushalte. Also für uns stellt dieser Breitbandausbau wirklich eine absolute Jahrhundertchance dar. Nachdem wir in einer gewissen Entfernung von den physischen Hauptverkehrsachsen sind, sprich Bahn und Autobahn, ist dieser Datenheive hier wirklich die Möglichkeit, dass wir gerade diesen Daten eben diesen schnellen Verkehr bieten können. Und wir merken das auch schon, dass Firmen danach gefragt haben, dass aber auch immer mehr private Haushalte auf diese Breitbandtechnologie wirklich setzen und die eine absolute Verbesserung bringt. Ja, es ist generell in der Werbebranche seit Internetdingen, wo da ist, geht immer mehr der Trend Richtung Online-Marketing. Dementsprechend natürlich im Prinzip von Jahr zu Jahr immer mehr Datendurchsatz. Gleichzeitig sind wir gewachsen in den letzten zehn Jahren, sind mittlerweile zu zehnt in unserem Team. Es ist einfach ständig der Durchsatz mehr und mehr geworden und insofern hat einfach keinen Weg mehr an der Glasfaser dran vorbeigeführt. Falke Media hat einen stabilen und verlässlichen Internetanschluss gebraucht und eine Telefonie-Lösung. Und diese Dinge sind in Abstimmung mit Falke Media installiert und auch geliefert worden. Mit Ende des Frühjahrs werden 2000 zusätzliche Haushalte Zugang zu schnellem Breitbandinternet haben. Für Firmen wie Falke Media ist diese Infrastruktur ein Muss für den reibungslosen Ablauf in der Agentur. Die Stadt hebt auch das problemlose Verlegen der Anschlüsse seitens der Kabel Plus hervor. Also die Zusammenarbeit, die ist wirklich fantastisch gewesen und auch in Zukunft bin ich davon überzeugt, dass sie das bleibt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vorhin bei Arjan mit dem Geschäftsführer, dem Gerhard Heidvogel, das erste Gespräch hier geführt habe. Und von seiner Seite und somit auch von Seiten der Kabel Plus die Bereitschaft war, hier gerade im städtischen dicht verbauten Gebiet dieses Netz wirklich vollständig auch auszurollen. Da ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, denn ich glaube nicht, dass das mit einem anderen Partner in dieser Dimension, in dem Umfang und in dieser Qualität möglich gewesen wäre. Ja, wir haben uns mit dem Bürgermeister Kramer gemeinsam auf ein Projekt verständigt, das in zweijähriger Bauzeit umgesetzt wurde. Wir haben 2000 weitere Haushalte nun erreicht mit dem Breitband-Internet von Kabel Plus. In Summe erreichen wir ca. 80% aller Haushalte in Weidhofen an der Ips. Eine weitere Stoßrichtung von uns sind die Businesskunden, so wie auch Falki Media oder auch wie größere Lösungen für erzeugende Betriebe. Also wir haben jetzt schon sehr früh mit Kabel Plus zusammengearbeitet, auch noch vor Glasfaserzeiten. Wir sind damals immer schon sehr gut beraten worden und es ist immer gut darauf geschaut worden, dass wir genau die Lösung kriegen, die auch wirklich zu uns passt. Und auch jetzt beim Umstieg oder beim Wechsel zur Glasfaser haben wir so gut wie keine Ausfallzeiten gehabt. Also da ist immer sehr gut auf die Bedürfnisse von uns als Businesskunden auch geschaut worden. Also da ist immer sehr gut auf die Bedürfnisse von uns als Businesskunden auch geschaut worden.